Aufwachen! Jetzt sind sie ja, wie man so schön sagt, unserer Zeit weit voraus, gell? Ich würde sagen, die anderen sind zu langsam um Schritt zu halten. Die, die bückt bald einmal wer. Das ist nicht schwach. Aber, jetzt kannst du mir den Stirn nicht zeigen. Ich hab was viel Aufregenderes für dich. Ich hab euch doch was gesagt. Ich weiß. Ich hab euch gesehen. Gestern. Mein Mann und euch. Ich weiß. Vielleicht hier sind grausam. Und recht schönen Dank nochmal. Eine salzame Person ist die. Wer will sowas bitte? Also mir kommt die komisch vor. Aufwachen wird der wieder gesund? Nein. Aber er wird beim Sterben keine schmeißen. Du sitzt ohne Hassen in einer Frau, die mit deinem Mann gefügelt hat. Ich würd nicht so lassen, dass mein Alter so mit mir redet. Der gehört einmal ohne ihre Prakt. Geh los jetzt. Ernst jetzt. Sie hat ja nichts gemacht. Geh los. Geh los. Geh los. Geh los. Geh los. Geh los. Untertitelung des ZDF, 2020